Es ist ein Albtraum. Ich habe neulich geträumt, ich bin in Bad Kreuznach. Ich träume ja selten. Bad Kreuznach. Ich weiß gar nicht, wo das liegt, um dort Peter Sloterdijk zu interviewen. Was von beiden ist der Albtraum? In Bad Kreuznach zu sein oder Peter Sloterdijk zu interviewen? Es hat sich gesteigert. Aber das war noch ein schöner Traum verglichen mit dem da. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, wie soll ich sagen, das ist sozusagen Cross-Business. Also hier kauft man die Drogen und hier holt man sich dann sozusagen den letzten... Dann geht man auf den Trip. Genau, das ist der eigentliche Trip.